willkommen zu einem neuen led tag der ist nur kurz weil es noch mit dem handy auf und ich habe nur drei prozent akku aber hier habe ich ein mod installiert mir gefällt der mod sehr gut da sehr gut und der mod ist und hört sich auch gut dann sieht ja und hier die innen startung auch gut und ja das war zwar eine schnelle folge aber das mit navi die seitenspiegel oben sind so weil ich einen bus mod installiert habe und wenn ihr euch das gefallen hat lässt ein abo da oder macht den daumen hoch und bis zum nächsten mal